Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die Gewinner dieser Corona-Krise sind ja relativ eindeutig festzumachen. Das sind nämlich die Streaming-Dienste. Wir sind seit geraumer Zeit dabei, auch diese intensiv zu besprechen. Alle Neuerscheinungen, die es dort gibt, ihr kennt von uns bereits diverse Besprechungen von Amazon Prime Video oder Prime Video, wie er heißt. Natürlich machen wir schon immer was zu Netflix. Wir haben ganz aktuell auch Zugänge zu Sky bekommen und eben auch zu Disney Plus. Insbesondere zu Disney Plus gab es die Tage in der Telestammtisch. Das Magazin Nummer 2, ein großes Special, wo wir fast alle Inhalte von Disney Plus, alle Originals besprochen haben und die beiden noch nicht besprochenen Inhalte. Nämlich zwei Filme des neuen Contents auf Disney Plus. Die erwarten euch in dieser Ausgabe. Das ist an der ersten Stelle ein Doppel zum Film Togo. Hier haben Stu und Paul genau diesen Film auseinandergenommen. Willem Dafoe in der Hauptrolle und ich glaube, das könnte da draußen viele Leute interessieren. Ja und die dritte Besprechung in der Runde dreht sich um den Film Timmy Flop. Versagen auf ganzer Linie. Den habe ich zusammen ebenfalls mit dem Stu besprochen. Und dann habt ihr hier quasi so das Komplettprogramm zu den Originals von Disney Plus bekommen, die ihr aktuell bei euch im heimischen Heimkino quasi sehen könnt. Die zweite Besprechung von diesen dreien in der Mitte gelagert, dreht sich um die Serie Freud. Die kommt ganz aktuell bei Netflix und die haben dann auseinandergenommen Berg und Dom. Die beiden hatten erst ein bisschen sehr viel Bock drauf. Wir hatten vor einiger Zeit schon die Gelegenheit, hier diese Presse-Screener zu bekommen und ich glaube, sie sind ein bisschen ernüchtert aus der Sichtung rausgegangen. Details dann hier eben in deren Besprechung. Ja liebe Leute, das ist für uns alle eine Übergangsphase und eine besondere Zeit, auch eine anstrengende Zeit. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr möglichst unbeschadet aus der Krise rauskommt, dass es euch sowohl privat wie auch beruflich ja möglichst gut geht und ich wünsche euch da auch, dass ihr regelmäßig dazu kommt, mal runterzufahren, euch vielleicht meins zu setzen, vielleicht mal ein Buch zu lesen auch mal, ja oder einen Podcast wie diesen zu hören und gegebenenfalls auch eben nur einen Film zu schauen. Dafür sind die Streaming-Anbieter ja letztlich auch ganz gut geeignet und falls ihr dann noch mal eine Minute Zeit findet, dann würde ich mich über Feedback freuen, das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie beim Blog, den ihr findet unter tele-stammtisch.de. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie eigentlich gerade mit der Krise umgeht und ob ihr diese Filme und Serien, die wir hier so besprechen, ob ihr die auch gesehen habt, wie sie euch gefallen haben, wie ihr unsere Besprechung findet, all das würde mich doch sehr interessieren. Außerdem wäre es knorkel, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de und bei Podcast.de und ja eben noch vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte macht das, denn gerade in Zeiten wie diesen hören, glaube ich, viele Leute Podcasts, das zeigen auch unsere Download-Statistiken und es würde mich schon sehr freuen, wenn ihr auch anderen Leuten erzählt, was ihr hier so gehört habt und wie es euch gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Togo. Der ist seit 24. März exklusiv bei Disney Plus erhältlich, hat einen Lauftest von 103 Minuten und ist eine neue Regiearbeit von Erickson Core, der zuvor unter anderem das nutzlose, nennen wir es ja, nutzlose Remake von Point Break gemacht hat. Und bei Togo zu den Hauptdarstellern zählen William Dafoe, Julian Nicholson und Richard Dormer. Ich bin jetzt du und ich habe den Film mir vorab ansehen können, aber ich bin nicht alleine, Gott sei Dank. Ich habe mir den Paul mit ins Wort geholt. Hallo Paul. Einen wunderschönen guten Tag. Paul, du kannst unseren Zuhörern jetzt auch ganz fix sagen, worum geht es in Togo? Ich nehme nicht an, es geht um Kaffee. Nein, das geht es nicht. Ja, es ist das Jahr 1925 und eine kleine Stadt in Alaska wird von einer heimtückischen Krankheitswelle der Diphterie heimgesucht. Und dem kleinen abgeschiedenen Ort, dem fehlen jedoch die richtigen Heilmittel, um die Erkrankten zu pflegen. Und während die Zeit drängt und viele der Kranken in Lebensgefahr schweben, muss ein Plan gefasst werden, um die Medikamente irgendwie zu besorgen. Deswegen beschließen mehrere Hundeführer, darunter der in die Jahre gekommene Lennart Zepala, mit ihren Schlittenhunden eine lange Reise durch den stürmischen Winter auf sich zu nehmen, um die Heilmittel zu besorgen. Dabei benötigt Lennart nicht nur einen eisernen Willen, sondern auch die besondere Beziehung und Verbindung zu einem seiner Schlittenhunde namens Togo. Traumhaft. Wunderbar. Ich danke dir. Jetzt ist es vielleicht so bei einigen, dass sie denken, warte mal, diese Geschichte von dieser Diphterie in Alaska und diesen Hunden, Schlittenhunden, kommt mir bekannt vor. Es gab 1995 einen Animationsfilm von Universal namens Balto, der diese Geschichte auch erzählt hat. Dazu muss man sagen, dieser, es heißt glaube ich Serum Run, also Serum Rennen, wurde halt aufgeteilt in mehrere Etappen und die letzte Etappe wurde halt gelaufen, angeführt von diesem Schlittenhund Balto. Deswegen hat Balto auch so den meisten Ruhm bekommen. Was aber ganz interessant ist, ist halt, dass Balto, wie alle anderen Etappenhunde oder Etappenleiter, irgendwie glaube ich nur 60 Meilen geschafft hat und halt dieser Lennart Zepala mit Togo, die haben glaube ich fast das Vierfache geschafft. Also eine wirklich grandiose Leistung und der Film, äh, setzt jetzt auch wie gesagt Togo und den Lennart Zepala in den Fokus. Ähm, und ich habe mir vorab, also der, äh, der Paul und ich, wir hatten die, äh, ja, das Predigt, also das Prestige, äh, uns, äh, Disney Plus vorab schon ansehen können zu können zu dürfen, äh, vor dem deutschen Start. Und ich muss sagen, äh, da gehe ich gleich mal, stürme ich gleich mal voraus, Ich finde Togo ist von den Exklusivspielfilmen, die Disney Plus zum Start anbietet, einer der besten. Da würde ich mitgehen. Wunderbar. Also es ist mit von dem, was ich gesehen habe, gehört es definitiv zu dem Besseren. Ja. Es ist sogar der einzige Film von diesen Exklusivinhalten, äh, jetzt im Filmbereich, wo ich, wo ich ein bisschen traurig war, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, denn ich würde sagen, mit einem der größten Pluspunkte, die Togo zu bieten hat, sind diese Naturaufnahmen, diese Naturkulissen. Definitiv. Ja. Genau. Bildgewaltige große Bilder, die, ja, doch, die man auch auf der Leinwand bestimmt gut hätte sich ansehen können. Ja, wirklich. Äh, dieser Ericsson-Core ist, äh, Kameramann eigentlich. Äh, der hat auch bei Togo die Kamera gemacht, neben der Regie. Und du merkst schon, der hat dafür ein Händchen. Äh, erzählerisch, da kommen wir vielleicht leicht zu, hapert sie und da, aber was die Bilder angeht, ist Togo wirklich eine ganz klare Empfehlung. Ähm, und ich muss auch sagen, äh, William Dafoe, toller Mann. Auch hier. Ja. 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 Das war's. Mehr haben wir nicht zu sagen. Guckt euch Togo an. Genau. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Nein. Ähm. Also, was ich halt wirklich schön fand, ist, dass dieser Lennart Zeppala, äh, also dargestellt wird als wirklich als herzlicher Mensch, aber auch als so, ich sag mal, als Art Raubein. Ähm, aber irgendwie schafft es der Film, oder sagen wir es so besser, äh, besser gesagt, William Dafoe schafft es, oder hat es für mich geschafft, dass er neben diesen Bildern mir wirklich, äh, alleine mit seiner Mimik transportieren konnte, was für eine unwirkliche Welt das ist, diese Alaska-Tundra. Ja, auf jeden Fall. Er hatte auch, also immer wenn er auftritt, beziehungsweise entweder in Verbindung mit Togo oder in Verbindung zu seiner Frau, da hast du richtig, also du konntest die Emotionen, die er vermittelt hat, konntest du spüren. Und ich fand, das hat er gut rüber gebracht. Ja, wirklich. Ähm, es ist ein wirklich schöner Abenteuerfilm. Ähm, es ist vor allem ein Abenteuerfilm, der dem durchaus bewusst ist, dass er halt so ein bisschen auf die Hundeschiene gehen muss. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Also, Hundefans kommen da voll auf ihre Kosten, äh, aber er fokussiert auch außerhalb. Also, es ist jetzt kein Film, der jetzt auf Biegen und Brechen dir irgendwie den süßen Hund davor setzt, ähm, sondern durchaus auch dem auch bewusst ist, dem Film, wir müssen noch eine richtige Geschichte erzählen. Und das schafft er relativ gut. Ähm, jetzt möchte ich aber mal zu, wie ich finde, dem großen Problem des Films kommen. Und das ist tatsächlich seine Erzählung. Denn er erzählt die Geschichte nicht chronologisch, er springt halt immer wieder zurück. Also, der Film zeigt einem immer während dieses, während dieses Hirnumbrans, wie, wie ist dieser Togo aufgewachsen. Und das war halt eine schwierige Zeit, denn Togo war ein sehr, ich nenne es mal rebellischer Welpe, ähm, der diesen Lennart Zepala einiges abgefordert hat. Das fand ich alles ganz nett und ganz niedlich und putzig. Es hatte nur ein Problem, es hat mich halt immer wieder aus der Haupthandlung rausgerissen. Was dem Film meiner Meinung nach leider einiges an Tempo gekostet hat. Ja. Ich stimme dir da voll zu. Erstmal, ähm, ich schieb mal vorne weg, was ich schön fand, an dem Wechsel zwischen Rückblenden und eben der Handlung in der Gegenwart. Dass man das deutlich gesehen hat, dass man es vor allen Dingen durch Farben oder durch die Sättigung, ähm, deutlich gemacht hat, was jetzt in der Vergangenheit spielt und was in der, ähm, Gegenwart spielt. Aber ich muss auch sagen, dass, also, die Rückblenden waren halt so eine klassische Geschichte oder eine klassische Entwicklung von einer Freundschaft zwischen eben einem Mann, der so am Anfang, ja, Togo ja eigentlich eher ablehnend gegenüber steht und wo sich dann halt die Beziehung so langsam entwickelt. Und auf der anderen Seite dann eben dieses große Abenteuer, von dem ich mir gewünscht hätte, es hätte mehr im Fokus gestanden, als es letztendlich war. Weil du hast recht, diese Rückblenden nehmen auch mir da das Tempo zu sehr raus. Ja. Ja, es ist immer schön, wenn man so einer Meinung ist, ne? Ja, also, ich... Merkt euch den Paul. Der Paul ist ein guter Mann. Ja. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Togo bei mir halt wirklich besser funktioniert hätte, wenn sie wirklich entweder diese Rückblenden reduziert hätten oder aber wenn sie den Film wirklich chronologisch erzählt hätten. Also, vom, vom Welpenalter von Togo bis halt zu diesem Serum Run oder Serum Run, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich glaube, das hätte der Handlung und dem Tempo gut getan. Nichtsdestotrotz war es wirklich ein angenehm zu gucken nach Filmen. Ja. Also, wie gesagt, ähm, die Spannung hat dadurch für uns beide ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen gelitten. Aber die Schauwerte holen, wie gesagt, einiges raus da. Obwohl ich auch hier, um jetzt mal ein kleines Kontra zu geben, ich fand die Optik teilweise, also, die hat mich stellenweise richtig begeistert, aber auch an manchen Stellen ein bisschen rausgerissen. Weil es dann viel zu viel wurde, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo sie über einen zugefrorenen See, ähm, ihren, also ihren Weg gehen und dann bricht der, bricht das ganze Eis auf und das war wie, also, das sieht man einfach, dass es, das wirkt nicht echt und es hat mich dann so ein bisschen rausgerissen oder ich weiß nicht, ob es nur an dem Screener lag oder so, dass die Ränder immer verschwommen waren und das, das hat mich dann teilweise auch genervt. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, auch die Szene ist mir aufgefallen. Äh, es hat mich nicht so rausgerissen, aber das ist auch eine Sache, also die Frage, ob es jetzt am Screener lag oder halt eben, ob der Film wirklich so aussieht, dass, äh, die hatte ich auch, die ging mir auch durch den Kopf. Ich muss auch, äh, reden wir mal hier so ein bisschen hier, ne, äh, mal unter Kollegen. Ich fand auch, dass die Screener teilweise vom Streaming her eine sehr seltsame Qualität teilweise hatten. Ich fand sie ziemlich dunkel. Genau, sehr dunkel. Und bei mir war auch das Problem, dass, äh, die Screener oftmals so in den ersten zwei, drei Minuten echt lange gebraucht haben, bis es von so einem Pixelbreit zu einer, sag ich mal, scharfen Optik gewechselt hat. Ja. Und das war, ich hab halt den Togo gesehen, bevor halt Disney Plus gedrosselt wurde und bevor, äh, durch Corona halt diese ganze Drosselungsgeschichte anfing. Ähm, und ich mein, wir nehmen den Podcast zur Erklärung, wir nehmen ihn auf am 24. März, also an dem Tag, an dem Disney Plus gestartet ist. Ich hab heute auch schon mal reingeschaut und bei mir sieht es jetzt auch wesentlich besser aus und läuft auch flüssig. Ähm, aber ja, äh, ich glaube, ich glaube, dass Togo durchaus ein paar Szenen hat, wo du halt siehst, da hätte man vielleicht hier und da noch über CGI drüber polieren können. Äh, äh, nichtsdestotrotz, äh, ist der technisch doch wirklich gut. Ähm, da finde ich der CGI von diesem Susi und Strollch-Remake um einiges schlimmer. Ja, ja. Oh mein Gott, das ist, ja, das ist schrecklich. Ja? Gut. Ach, herrlich. So einer Meinung ist der Wahnsinn. Ja, es ist. Ja. Ähm, und bleibt dabei, Togo ist neben Timmy Flop der beste Disney Plus-Exklusivfilm, den ihr euch zum Start bei Disney Plus angucken könnt. Ähm, und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, könnten wir auch zum Fazit kommen. Nö, ich habe an sich nichts mehr hinzuzufügen. Okay, gut. Dann kommen wir zum Fazit. Lieber Paul, du kannst vergeben, äh, 0 bis 5, äh, was nehmen wir denn da? Äh, 0 bis 5 Schlittenhunde. Sind wir mal ganz kreativ. Okay, na, dann weiß ich, also wie gesagt, er hat eine Optik, die eigentlich über weite Strecken gut funktioniert. Wir haben, ähm, Hauptdarsteller, die auch überzeugen und eine Geschichte, die eben einfach ist, wo man vielleicht hier und da noch ein bisschen das Ganze hätte etwas anziehen können, aber für mich gibt's, ha, 3 bis 3,5 Schlittenhunde. Okay, gut. Ähm, was deine Begründung angeht, da gehe ich dir, gehe ich voll d'accord. Äh, von den Punkten gebe ich ja 3,5 Schlittenhunde, auch wenn's eine ziemlich, äh, eine ziemliche Sauerei ist. Ähm, aber es sind wirklich, es ist jetzt kein überragender Film, aber es ist ein guter Film, den man sich wirklich angucken kann und vor allem ein Film, den auch, wo du auch als Erwachsener denn Spaß mit haben kannst. Ja. Ähm, ähm, das ist wirklich, das ist wirklich gutes Familienentertainment, äh, mit tollen Bildern und einem tollen William Defoe und, ähm, erzählerisch paar Fehler, klar, die, die, ja, die schubsen den Film ein bisschen weg von der 4-Punkte-Marke, nichtsdestotrotz wirklich ein guter Film. Äh, solltet ihr euch mal angucken, gebt ihm eine Chance. Ich glaub, bei Disney Plus findet ihr auch viel Grobzeug. Äh, und ich, ich muss auch sagen, dass man jetzt, weil du vorhin den, den Film Balto angesprochen wird, dieser Film, der, der zeigt ja quasi, der stellt ja quasi ein bisschen was richtig, sag ich mal. Und auch da fand ich, ähm, am Ende des Films kommt dann so ein schönes Zitat. Irgendwie 2011 hat das Teil mehr gesehen, Togo als den heldenhaftes, als das heldenhafteste Tier aller Zeiten im Auserkoren. Und ja, da auch vielleicht, wenn man sich da mal kurz einliest oder so, dann kann man da auch noch mit Spaß haben oder eben auch was noch erfahren. Ja, definitiv. Also, von Paul und von mir gibt's eine Empfehlung für Togo. Und, ähm, ja, Paul, da sind wir schon am Ende. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Und, ähm, wir hören uns wieder. Tschüss. Genau. Dann, ciao. Ciao. Bitte schließt eure Augen und konzentriert euch nur auf den Takt und konzentriert euch auf meine Worte. Meine Stimme und der Takt sind alles, was ihr noch hören könnt. Ihr entspannt euch und alles andere verschwimmt in der Dunkelheit. Nur noch der Takt und meine Stimme. So, Dom. Jetzt hab ich sie soweit. Jetzt können wir mit Ihnen machen, was wir wollen und anfangen. Und da sind wir schon. Mitten in der Besprechung zur neuen Netflix-Serie. Und zwar mit dem Titel Sigmund Freud, eine österreichische Produktion aus dem Jahre 2020, ist hier als Thriller-Serie angegeben. Und im Schauspielbereich haben wir als Sigmund Freud, Robert Finster, in weiteren Rollen Ella Rumpf, Georg Friedrich, Rainer Bock, Anja Kling und weitere. Ja, wir haben es hier mit einer acht Episoden langen Serie zu tun. Und ich bin nicht alleine heute in der Review. Ich habe gerade schon gesagt, ich spreche mit Dom und begrüße ihn auch. Hallo. Moin, moin, Berg. Das erste Mal zu zweit im Cast. So sieht's aus. Letztlich hat's geklappt. Hätte bei einer anderen Gelegenheit gerne sein können, aber ja gut. Okay, dann haben wir gleich den Grundstein gelegt für die Stimmung, die wir jetzt hier rüber bringen. Wir haben uns also die ersten Folgen angesehen von der Serie Freud. Und wir hatten zum Start drei der ersten Episoden zur Verfügung. Ich hatte mich als allererster dadurch gearbeitet und ja, dann habe ich dir schon einen kleinen Hinweis gegeben, dass ich also nicht unbedingt Lust hätte, mir das über die dritte Folge hinaus weiter anzuschauen und habe einfach mal gedacht, ich gebe dir mal den Staffelstab. Ja, du kannst uns ja gleich sagen, worum es geht. Ja, warum geht es? Wie der Titel äußerst subtil schon mitteilt, geht es um Sigmund Freud beziehungsweise um seine, ja, frühen Jahre seines Wirkens im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Also genauer gesagt, ich glaube, 1886 spielt das Ganze. Und zu der Zeit ist Sigmund Freud leider kein geachteter Arzt, sondern wird eigentlich von der Ärzteschaft relativ belächelt für seine Vorstellungen von Psychoanalyse, unter anderem darunter auch Hypnose. Und die Handlung wird losgetreten dadurch, dass sich ein Serienmörder anscheinend rumtreibt in Wien. Und Sigmund Freud wird, ja, mehr oder weniger dann so in das Ganze verwickelt. Und es gibt noch einige andere Vorgänge, unter anderem auch von einer, ja, merkwürdigen Sekte von Ungaren. Man weiß ja noch, damals gab es ja noch Österreich-Ungarn und ja, ich glaube, das war es soweit erst mal, oder? Ich denke schon, das reicht erst mal für die Grundsituation. Und du sagst es ja, wir haben jetzt also die Epoche, in der das Ganze spielt, umrissen. Und da ist natürlich gleich die allererste Frage. Wir sind also in einer Zeit, die schon etwas zurückliegt. Die Kleidung war anders, die herrschaftlichen Konstellationen untereinander waren besondere, also nicht mit heute unbedingt zu vergleichen. Und da ist die Frage nach der Ausstattung. Wie kommt dann das denn das alles so rüber? Ich muss sagen, also es ist ja die erste österreichische Netflix-Produktion. Ich glaube auch eine Co-Produktion mit ZDF hatte ich irgendwie auch gesehen. Da wird die wahrscheinlich dann auch noch irgendwie aufschlagen, wenn wahrscheinlich eher auf Neo oder so im Laufe des Jahres. Ansonsten ist es schon relativ, also wertig sieht es schon aus, würde ich sagen. Es sieht jetzt nicht aus wie jetzt irgendwie ein Tatort oder so. Schon relativ aufwendig, auch von den Kostümen her, auch eine ordentliche Kamera. Da gibt es eigentlich soweit nichts zu meckern, würde ich mal meinen. Ich weiß nicht, wie war dein Eindruck? Also mir hat sich ein wenig dieser Theatereindruck aufgedrängt. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich stehe hier in einer Kulisse und habe halt so diese diese Kostüme, die mir einen kleinen Tick zu neu aussehen, anstatt dass sie getragen wirken. Und vor allen Dingen im Bereich, wenn man so Kameraschwenks über das nächtliche Wien hat, dass das alles so komisch schlecht CGI mäßig gemacht hat. Also so richtig Stimmung kam da für mich nicht auf. Ja, Stimmung ist auch das falsche Wort. Also ich sage jetzt mal, die Serie sah jetzt nicht billig aus. So meinte ich das. So insgesamt, ja, Stimmung kam bei mir tatsächlich auch nicht auf. Irgendwie wirkt diese Welt so, man muss ja sagen, es ist selten eigentlich, dass wir irgendwie Szenen draußen haben bei Tag oder so. Es ist alles immer relativ dunkel und düster. Aber du hast schon recht, also Stimmung kommt irgendwie nicht wirklich auf. Besonders in den Sequenzen, wo man dann irgendwie versucht, auf Mystery Horror zu machen, so ein bisschen. Ich musste bei der Serie auch sehr oft und mir kann keiner sagen, dass das da nicht so ein bisschen Pate gestanden hat. Ich musste einige Male an die Serie The Alienist, die Einkreisung denken, die auch bei Netflix zu sehen ist mit Dani Brühl. Und wo damals auch Vergleiche gezogen wurden, dass das praktisch ein Sigmund Freud ist, der Sherlock Holmes spielt. Da hat mich das sehr dran erinnert. Ja, in unserer Vorbesprechung haben wir uns ja ganz kurz dazu abgestimmt. Ich hatte das leider nicht gesehen. Aber vielleicht könnten die Zuhörer auch einfach ihre Vergleiche in die Richtung mal ziehen. Mich hat ein bisschen sehr überrascht. Ich habe mir die Serie eigentlich angeschaut, weil ich es generell interessant finde, über so Psychoanalyse und generell so psychische Sachen was zu sehen, gerade wenn es um die Entstehung solcher Dinge geht. Deswegen fand ich zum Beispiel also auch das Profiling, das beginnende, was jetzt zum Beispiel in Mindhunter-Thema wird sehr, sehr interessant. Ich auch. Das habe ich hier dann aber komplett vermisst, weil, du sagtest es schon, wir sehen irgendwie eine Horror-Mystery-Stimmung, die irgendwie an Jack the Ripper und Morde und sowas erinnert. Und diese ganze Psychoanalyse, was eigentlich den Charakter Sigmund Freud ausmacht, kommt irgendwie kurz, oder? Sie kommt nicht so kurz. Sie wird irgendwie so ein bisschen als Mittel zum Zweck hergenommen. Vor allem die Hypnose-Techniken und so weiter. Also am Anfang ist es sogar noch okay. Man muss sagen, dass ich die Einführung der Serie, also die Eröffnungssequenz sogar eigentlich noch ganz nett fand mit diesem Bruch, den es gibt. Womit ich dann aber zum Beispiel ein großes Problem habe, dass Sigmund Freud hier, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber er wird eigentlich als Betrüger hingestellt, zumindest in der ersten Folge. Und das ist mir ziemlich sauer aufgestoßen, weil er will ja mit einer Demonstration vor dem Ärztestab, will er ja beweisen, dass die Hypnose beziehungsweise diese Art der Psychoanalyse valide ist. Und er hat das Ganze ja, glaube ich, sagt er dann ja auch, das sind dann irgendwie auch Bezüge zu diesem Franzosen, der ihn sehr geprägt hat, Chaco, Jean-Martin Chaco. Darauf will er sich dann ja beziehen und das dann so gesehen eigentlich salonfähig machen. Und das tut er eigentlich durch eine fingierte Vorstellung. Und das fand ich sehr fragwürdig. Wie ist das bei dir angekommen? Ja, das ist genau das, was ich mir eben auch gedacht habe. Es wird so ein bisschen erklärt, dass das Ganze von ihm erst mal bloß als künstliche, betrügerische Vorstellung gewählt wird, um die Aufmerksamkeit für das Ganze zu schaffen. Aber das ist so ein Widerspruch in sich einfach, dass man mit so einer Lüge in irgendwas einsteigen will, was man etablieren möchte. Und das funktioniert für mich nicht so richtig. Und gerade diese besagte Szene war für mich an sich aber eine, die mir mal irgendwie gefallen hatte, gerade auch da, als er sich so in diesem Hörsaal, in diesem Plenum dann so ein bisschen streitet und auseinandersetzt und dann so langsam so mal die Worte über ich und hinter ich und sowas fallen. Das war so ein Ansatz von interessant und war sofort wieder weg. Und dann sehen wir eben hier so eine leicht Thriller-mäßige Mystery-Sache. Du hast es angesprochen, es kommt dann so ein Medium mit vor. Es sind dann so Orkien-mäßige Szenen und es ist dann so eine Seance, die abgehalten wird. Also da kommen ganz viele Elemente, die ich gar nicht da drin suchen würde mit drin vor. Ja, und die irgendwie auch gar nicht so, also ich hatte mich zum Beispiel gefragt, warum er überhaupt an dieser Seance teilnimmt, schon in der ersten Folge. Da ist auch der Schnitt ganz seltsam. Da ist ja die Figur von Anja Kling wird dann eingeführt und vorher wird dann so eine Veranstaltung gezeigt, wo dann später dieses Seance stattfindet. Aber mitten rein wird die Einführung von Anja Kling geschnitten, damit man sie eben schon kennt als Figur in dieser Szene. Und das fand ich richtig ungelenk. Das ist nicht gut gelungen vom Schnitt und vom Timing her. Und dann wiederum gibt es diesen Sprung zu dieser Seance, wo man sich halt wirklich fragt, warum nimmt der daran teil? Warum setzen sich dann da irgendwie welche an den Tisch, die dann erst danach sagen, dass das ja alles Schwachsinn ist? Das machte für mich keinen Sinn. Und das wirkte auch deplatziert. Ja, ich hatte auch so ein bisschen die Erwartung, als dann sich einer von denen dann so auf einmal echauffiert, was denn das für ein Humbug ist. Ja, genau. Da hatte ich so den Eindruck, hätte das Medium jetzt was gesagt, was ihm gefallen hätte, hätte er dann anders reagiert. Also es fehlt halt komplett der Hintergrund und eine Art, wie soll ich das sagen, so ein Standpunkt. Das wirkte alles so völlig zufällig auf mich. Und du sagst es, es wird ganz gerafft immer mal so eine Figur reingeschmissen, dass du kurz weißt, okay, wie ordne ich die Person zu? Und das sind mit ganz vielen Umständen auch so zeitgeschichtliche Umstände, eventuelle Tumulte, die irgendwo im Hintergrund sind, irgendwelche politischen Beziehungen. Das wird alles immer nur so am Rande ganz schnell und hast dich mal eingeworfen. Wobei man jetzt sagen muss, und das hatte ich ja auch gerade schon zu dem Vorgespräch gemeint, die Serie hat ein großes Problem. Obwohl sie Freud heißt, ist jede Figur, also ich weiß, du hast da glaube ich noch größere Schwierigkeiten mit gehabt als ich, aber für mich ist jede Figur in dieser Serie interessanter als Freud selber. Weil Freud ist wahnsinnig rudimentär und langweilig gezeichnet. Und der Schauspieler ist auch wahnsinnig hölzern. Also das fand ich zum Beispiel sehr bezeichnend in einer Szene, wo er da irgendwie einen Brief von seiner Angetrauten oder Verflossenen oder was auch immer vorliest. Also er ist ja hier noch nicht verheiratet. Und die Begeisterung und die Emotion, die beim Offtext dieser Schauspielerin kam, da dachte ich mir auch so, jo, deshalb seid ihr ein Paar, weil ihr beide irgendwie jeden Satz gleich betont und irgendwie auch nur eine Tonlage drauf habt grundsätzlich. Also durchaus richtig, ja. Das ist also ganz großes Gefühlskino, was ihr da in der Szene erleben könnt. Und ja, wir sind jetzt ja schon beim, ja, beim Corpus Delicti. Ich sag mal, ich hab's umschifft die ganze Zeit. Das Schauspiel, ja. Du sagst es, Freud ist jetzt nun nicht gerade der Inbegriff von Sympathie und von ich hänge an seinem Lippen, sondern eher so ein ziemlich hölzerner Kandidat. Nicht nur in seinem Schauspiel, sondern auch in seiner ganzen Körpersprache, in seiner Gestik. Und das ging mir genauso. Es gab verschiedene Figuren. Und was ganz wichtig ist beim Schauspiel, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Serie ist zu großen Teilen in Mundart. Ja, da muss ich jetzt zu sagen, ich hab die ersten beiden Folgen so einfach mal geguckt und das war für mich ein großer Fehler, weil ich hab teilweise wirklich, insbesondere bei den Polizeibeamten, hab ich teilweise wirklich gar nichts mehr verstanden. Weil das einfach in einer sehr starken wienerischen Mundart ist. Und ja, ich kann nur empfehlen, sich die Serie ja als Mitteldeutscher oder Hochdeutscher mit Untertiteln anzusehen. Und das spricht schon Bände bei einer Serie, die eigentlich in unserer Muttersprache gedreht ist, ne? Ja. Ja. Abgesehen mal davon, wie kommen denn die Schauspieler sonst so rüber? Also, es schwankt immer so zwischen bemüht, unfreiwillig komisch und hölzern, würde ich sagen. Also der Hauptdarsteller ist eigentlich fast durchweg hölzern, bis auf diese eine Szene, die du gerade angesprochen hattest, wo er da eben vom Plenarsaal über sein und nicht sein referiert. Aber ja, die war dann auch so ein bisschen pathetisch überhöht. Das war mir dann auch zu viel von der Inszenierung her. Ja. Und sonst muss ich sagen, wenn mir noch positiv aufgefallen ist, ein Polizeibeamter, der wohl auch irgendwie ein Kriegstraumatisierter ist, wird im Laufe der Serie dann so verhandelt. Georg Friedrich, den dürften einige kennen. Der hat so eine richtig schöne, ja, Wiener Schmäh, wie man das so schön kennt. Und den habe ich schon woanders gesehen. Und ich muss sagen, der Schauspieler, der hat durchaus was. Und seine Rolle finde ich auch noch ganz ordentlich, auch wenn sie ihm, wie schon bereits erwähnt, was wirklich Klischeehaftes angeschrieben haben, was der Figur immer nicht so gut tut. Das ist genau das. Also ich gehe vollkommen mit. Der hat mir so in Ansätzen gut gefallen. Aber wir sind schon wieder bei diesen Polizeibeamten. Die wirken auch in dieser, ich nenne es fast Tracht, ja, so ein bisschen verkleidet. Ja. Und sein Partner, dieser Dicke mit einem unglaublich mächtigen Schnauzpart. Ja. Das ist beeindruckend, gefällt mir sehr gut. Aber der ist sehr nah an einer Persiflage. Ja, das ist so ein bisschen Rosenheim-Kops trifft auf Wachtmeister Dimpfelmoser, ne? So ein bisschen. Ja, sehr gut. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, ähm, wie hieß es? Lissi und der wilde Kaiser. Da gab es ja auch diese zwei beiden Jäger im Wald. Ja. Einer auch mit so ein bisschen dicklich mit so einem Schnauzer und auch unverständliches Gebrabbel in Mundart. Ja. Das kommt dem sehr nah. Ja, und dann heißt er auch noch Franz Pohschacher, glaube ich, ne? Sehe ich gerade den Namen. Den fand ich so amüsant schon. Ja. Ja, also man merkt auf jeden Fall, so ein bisschen unfreiwillig komisch kommt das zum Teil auch rüber. Ja. Ja, was kann man denn sonst noch so sagen? Also ich muss auf jeden Fall zugestehen, ich habe, wie gesagt, die ersten drei Folgen gesehen. Ich habe mich durchgequält. Ich hätte normal bei so einer Serie, wenn ich die angefangen hätte, nach der ersten Folge gar nicht mehr weitergeschaut, gebe ich ganz ehrlich zu. Es ist einfach nicht mein Ding. Das kommt noch so ein bisschen mit obendrauf auf meine Empfindung. Und dann kam so eine Woche später freundlicherweise von Netflix so eine Anfrage. Und da hieß es dann so, ja, wir haben übrigens jetzt noch fünf weitere Folgen für euch als Preview. Und ich dachte mir, oh nein, hau ab, ey. Bitte nicht. Ich habe es dann auch gelassen tatsächlich. Ja, ich werde sie mir eventuell noch irgendwie ansehen, weil ich muss sagen, so manche Nebencharaktere finde ich gar nicht mal so uninteressant. Die wirken dann aber irgendwie auch manchmal, also vor allem deren Schicksale wirken dann irgendwie auch so eingestreut und wirklich ständig, also Hypnose und Psychoanalyse. Das sind ja eigentlich wahnsinnig interessante Themen, die auch Sigmund Freud geprägt haben oder die er auch mitgeprägt und kultiviert hat. Keine Frage. Aber es wird wirklich schon als Plot-Device hierher genommen. Also es hat mich teilweise schon, ich weiß nicht, hast du den letzten Star Wars gesehen? Nein, bin Star Wars Verächter schon immer. Ach so, okay. Du erinnerst dich, ich habe nur einen einzigen gesehen und da sagte man, ja, den schlechtesten. Ich habe Episode 1 mal gesehen, sonst ist mir Star Wars völlig egal. Okay, weil, ohne jetzt hier zu viel zu verraten, aber in Star Wars Episode 9 wird die Macht eigentlich nur noch als Plot-Device hergenommen oder als Mittel zum Zweck und ähnlich ist das hier mit der Hypnose. Also eine Patientin, in Anführungsstrichen, die dann auch so ein Medium ist und irgendwie so ein bisschen aussieht wie eine Eva Green für Arme. Ich habe früher gerade noch die Insel der verlorenen Kinder gesehen und jetzt ziehe ich die Parallele gerade und es passt 100%. Ja. Ja, wenn auch eher wegen Penny Dreadful so ein bisschen, ne? Die ist ja, glaube ich, auch in Seancen und so. Ja, nee, aber das wird bei der wirklich, also besonders in der zweiten oder in der dritten Folge, also du hast das Gefühl, dass diese Figur so oft in irgendwelchen, Trance-Zustände versetzt wird, weil ansonsten gar nicht viel mit der anzufangen ist. Und das, das, weiß nicht, die wirkt dann eigentlich wie so ein, wie so ein, wie so eine Edelmaggaffin, weiß ich nicht. Und dann auch das, das Interesse von, von Freud an ihr, das, ja, also es gibt so gewisse Ansätze, die mag ich ganz gerne, aber diese, gerade diese, diese Mystery-Komponente, die ist schon wirklich ungelenk irgendwie rein manövriert in die ganze Nummer. Und du hast auch den Eindruck, dass das da drin ist, weil wenn du mal wirklich überlegst, das Thema Psychoanalyse, das dürfte ja eigentlich ziemlich trocken sein normalerweise. Und das dürfte der Showrunner Marvin Krenn, der vorher diese hochgelobte Serie 4 Blocks gemacht hat, ich hab sie nicht gesehen, das dürfte der wahrscheinlich auch gemerkt haben und hat eben das Ganze mit so, ja, halt so Mystery-Thriller-Anleihen einfach unterfüttert. Ich hab auch schon gelesen von Kollegen, die die Screener im Gegensatz zu dir noch weitergeschaut haben, dass das wohl noch ziemlich krude wird, insbesondere ab Folge 5, was so, äh, auch so Sexualspielchen und sowas angeht. Aber, ja, irgendwie wirkt es auch insgesamt einfach inkonsistent. Vor allem ist mir auch aufgefallen, dass an vielen Stellen durch den Plotz viel zu schnell irgendwelche Spannungsmomente vorweggenommen werden. Also da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, ja, der und der hat eine Narbe und ja, hm, wen haben wir denn in der Serie bislang mit einer Narbe gesehen? Wer könnte das denn sein? Und dann wird das auch noch in derselben Folge aufgelöst und in der dritten Folge passiert was ähnliches nochmal genau nach dem gleichen Schema mit einer Figur, die mehr oder weniger aus dem Nichts kommt. Und, äh, weiß nicht, also das, da ist einfach die, die Schreiber auch nicht gut an der Stelle. Ja, also ich bin total fasziniert. Ich habe dich jetzt wirklich mal einfach mal entfesselt laufen lassen mit deinem Monodok. Ähm, ja. Es sind viele, viele Sachen dabei, die ich ähnlich gesehen habe. Für mich kommt eben noch mit dazu, dass sich das bisschen, was dich noch so ein bisschen bei der Stange da hält und dich vielleicht auch noch das Ganze mal zu Ende schauen lässt, bei mir gar nicht vorhanden ist. Und ich sehe es einfach so, wenn man schon nicht viel zu erzählen hat über irgendwas, dann fängt man an, irgendwo sich Anleihen zu bedienen, die da mit reinzubringen, das pseudomäßig interessant zu gestalten. Und das funktioniert für mich hier zu keinem Teil irgendwie. Das hat mich schon insgesamt sehr geärgert, vor allen Dingen, weil eben das Thema Psychoanalyse so gar nicht in der Tiefe behandelt wird. Viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht zu sagen. Wir haben schon einiges hier ausgelassen. Und ich sage jetzt einfach mal, wir kommen mal zu einem kleinen Minifazit und du kannst auf einer Skala von 1 bis 5 abgebrochenen Hypnosesitzungen wählen und verteilen. Ah, das ist ja echt schwierig. Das ist echt schwierig. Da würde ich dann vielleicht zu so einer 2,2 oder so tendieren, weil ich finde es nicht schlecht. Ich werde es vielleicht auch noch weiterschauen. Dafür bin ich auch zu sehr Kompletist, muss ich dazu anmerken. Ich gucke die meisten Sachen eigentlich zu Ende. Es sei denn, es wird jetzt zu einer totalen Qual. Deshalb freue ich mich schon auf Folge 5, weil die, was man so gelesen hat, scheint die schon wirklich in den Trashtopf zu greifen. Aber ansonsten ist das schon irgendwie eine recht krude Produktion, wo man teilweise das Gefühl hat, dass sie nicht wirklich weiß, wo sie hin will. Und vor allem der wirklich ultra blasse Hauptdarsteller, weiß nicht, also das hält mich zum Beispiel gar nicht bei der Stange. Höchstens hat so die ganzen Nebeneffekte, die aber theoretisch mit Freud selber eigentlich gar nicht viel zu tun haben. Also alles an der Serie ist interessanter als Freud selber. Das kann man nur noch mal unterstreichen. Ja, und wenn wir schon so weit sind, dann weiß man, auf welchem Level wir uns hier bewegen. Mir geht das ganz ähnlich. Mir ist es halt wirklich komplett egal. Die Serie schafft es nicht, mich in irgendeiner Art und Weise zu fesseln. Es gibt lediglich eben das Schauspiel von Georg Friedrich, finde ich hier eben auch echt gelungen zu teilen. Auch wenn die Figur manchmal schwierig geschrieben ist und das auch ein bisschen sehr zusammengeklaut und ein bisschen zu überklischeehaft dargestellt wird. Aber insgesamt nicht mein Ding. Ich vergebe gerade mal eine abgebrochene Hypnosesitzung für das Ganze. Mich hat es eher geärgert. Okay. Aber was mich nicht geärgert hat, war unsere Besprechung. Ja. Die hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich danke dir. Gerne. Wir kommen bestimmt mal an anderer Stelle wieder zusammen. Natürlich. Und ich lasse dir erstmal den Gruß und dann verabschiede ich uns in den wohlverdienten Feierabend von dieser Besprechung. Ja gut, dann beende ich das Ganze mit einem Schlenker auf unseren bevorstehenden Westworld-Podcast, wenn der denn mal online kommt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Fallt in tiefen und traumlosen Schlummer. Ciao, ciao. Jo. Ciao, Dominik. Ciao an unsere Hörer. Und ihr dürft jetzt gerne aus meiner Hypnose wieder aufwachen mit einem Schnipp. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Timmy Flop. Versagen auf ganzer Linie, der den meisten da draußen wahrscheinlich eher unter dem englischen Titel was sagt. Timmy Failure Mistakes were made. Ein Film, der jetzt ganz aktuell auch bei Disney Plus startet, quasi in der ersten Reihe der Veröffentlichung mit dabei ist. Den muss ich glücklicherweise nicht allein besprechen, denn ich habe einen der drei Herren vom Telehorst mit am Start. Moinsens du. Hallo. Du bist jetzt beim Telehorst, habe ich gehört. Ja, ich bin ablösefrei gewechselt zum Telehorst, ja. Fantastisch. Ist das offiziell ein Spin-off? Mal schauen. Es scheint so. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Folge produziert. Ich will jetzt keine großen Töne schwingen, aber Weltherrschaft, wir kommen. Sehr geil. Wir sind von Anfang an dabei. Prima. Wo wir ja glücklicherweise auch von Anfang an dabei sind, ist Disney Plus. Und das haben wir uns jetzt viel gegeben. Du bist gerade auch dabei für Movie Break einiges zu sichten und wir wollen uns heute ein bisschen ausgiebiger eben mit Timmy Flop beschäftigen. Startet eben jetzt hier am 24. März, ist also glaube ich ab null Jahren vermutlich freigegeben und hat eine Laufzeit von einer Stunde 39. Regisseur ist Tom McCarthy, der wohl auch am Drehbuch beteiligt war. Aber viel wichtiger ist es glaube ich zu wissen, dass das Drehbuch auf Büchern von Stefan Pestis basiert, der wiederum auch an diesem Buch, also an diesem Drehbuch beteiligt war. Also Comics sind es glaube ich, Kindercomics waren das ursprünglich. Kanntest du die Reihe? Also Tom McCarthy ist mein Begriff, aber jetzt die Vorlage kenne ich nicht und auch den Autor, wo nie was von gehört. Ich habe halt keine Kinder und bin für die Bücher glaube ich auch zu alt. Das mag sein. Ja, du hast ja auch bei Movie Break eine Kritik geschrieben, die könnte ich eigentlich echt mal regelmäßig auch verlinken, fällt mir auf. Das werden wir vielleicht mal, wenn ich dran denke, mit einführen. Erzähl doch mal, wovon handelt eigentlich Timmy Flop? Ja, Timmy Flop handelt von Überraschungen einem Jungen, der Timmy Flop bzw. Timmy Failure heißt und der ist ein Eigenbrötler, geht noch auf die, ich glaube Junior School, ich weiß gar nicht, wie das in den USA heißt, ich würde sagen noch Grundschüler in Deutschland glaube ich. Elementary School, oder? Elementary School, genau, danke. Und Timmy leitet eine, ja, eine Detektei, also Detektiv, der weltbeste Detektiv, da ist er ja von überzeugt. Und gemeinsam mit seinem imaginären Freund, einem Eisbären, den er super nennt, ja, durchforstet er seine Heimatstadt Portland nach Verbrechen und ist in diesem Film einer, wie soll ich sagen, einer angeblichen Verschwörung von bösen Russen auf der Fählspur. Und der sieht das ja alles mit ganz eigenen Augen, ne? Also egal was er sieht, er interpretiert das auf seine ganz eigene, vielleicht sogar in irgendeiner Form, autistische Art und Weise. Würdest du sagen, das ist Autismus? Ja, ich kenne mich halt, ich bin jetzt kein Autismus-Experte. Ich, ich, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ähm, der ist halt einfach sehr eigenbordlerisch und, äh, gegen Ende des Films erfahren wir ja auch, für was dieser Eisbär super steht, das wollen wir jetzt hier auf Spoiler Grund nicht verraten. Ich fand allerdings, es war relativ offensichtlich, wie viel der steht, aber ich bin auch clever. Ähm, 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 was mir an Timmy aber besonders gut gefallen hat, muss ich, muss ich sagen, ist, ähm, der, dass er so herrlich unorthodox war. Das war eine Kinderfigur, die war nicht darauf ausgelegt, dass sie einem gefallen will. Die, die war auch mal echt unsympathisch. Also es gab wirklich Momente, wo ich, wo ich dachte, Gott, der Kleine ist ein Arsch. Definitiv, und das macht sich, finde ich, natürlich vor allem in der Wortwahl bemerkbar, der hat sich so eine Art Business-Englisch zugelegt. Also er sagt nicht, ja, ist okay, oder mache ich, er sagt immer affirmative, ja? Also wir haben jetzt die englische Version gesehen, keine Ahnung, wie die deutsche Synchro aussehen wird. Aber ja, das macht es halt so sehr ungewöhnlich, weil er halt, der wird so ein Knirps sein, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und das macht es dann so besonders merkwürdig. Und was auch noch, finde ich, absolut heraussticht, ist seine wahnsinnig große Vorstellungskraft. Denn viele der Situationen, die angedeutet werden, zum Beispiel ist irgendwann im Film das Gespräch von einem Umzug. Und seine Mutter erzählt ihm jetzt hier, okay, wir werden jetzt hier umziehen und die und die Stadt. Und das ist eine tolle Stadt, da habe ich, glaube ich, Musicals und Konzerte besucht oder so. Also stellt er sich jetzt vor, wie sein Leben in dieser Stadt aussieht, nämlich wie ein Musical. Plötzlich sitzt er auf der Bühne, um ihn rum tanzen Leute und ein Publikum und so. Und das ist einfach so ganz kurz ein paar Sekunden reingeschnitten. Und genau die Situation, die haben wir wirklich mehrfach im Film. Ja, also der Film ist sehr gut darin, die Welt halt wirklich so zu zeigen, wie Timmy sich diese Welt vorstellt. Aber gleichzeitig auch immer uns irgendwie rumzuzeigen. Eigentlich ist es ja ganz anders. Deswegen ist er fast schon ein tragischer Held, finde ich. Ja, ich meine, er hat halt nur seine Mutter. Das ist relativ schnell deutlich. Und für so einen kleinen Kerl hat er, glaube ich, muss er einiges mitmachen. Die Mutter hat zwei Jobs, um überhaupt zur Hande zu kommen. Entsprechend ist er viel allein zu Hause. Klar liebt sie ihn, aber es geht halt schon vor, dass was zu essen auf dem Tisch steht. Und dann muss er sich halt eben so ein bisschen in so eine Art, also er tut zumindest in so eine Art Traumwelt flüchten. Armer Typ eigentlich. Wie spielten da eigentlich noch so mit? Das haben wir schon erwähnt. Der Timmy Felger wird gespielt von Winslow Fagley. Junger Mann. Ich glaube nicht, dass er jetzt schon so eine riesen Filmografie haben dürfte. Also er hat, glaube ich, vorher in einem Film gespielt, Girls Night Out. Nehme ich mal an, hat er irgendwie so eine kleine Rolle. Da steht er wahrscheinlich irgendwo am Rand als Kind und winkt einem in die Kamera. Ja, Boy in the Playground, in Klammern uncredited. So sieht's aus, ja. Die Mutter, das Gesicht kam mir mega bekannt vor, Ophelia Lovie-Bond. Ja, das ist eine Britin, das habe ich schon in Erfahrung gebracht. Der hat mir übrigens sehr gut gefallen, muss ich gestehen. Ich habe schon wieder, aber ich muss gestehen, das tut es halt. Das ist zum Kotzen. Die war in Rocketman zu sehen. Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, eine von diesen, das war, glaube ich, die hat eine Frau gespielt von Elton John, der kurzfristig verlassen hat, irgendwie so. Dann der recht, natürlich sehr bekannte Wallace Shawn. Auch so finde ich ein typisches Disney-Gesicht. Mr. Krokus, das ist quasi so eine Art Erzfeind, wird er hier in der Synopsis genannt. Aber letztlich ist das einfach der Klassenlehrer von Timmy, der ihn halt immer wieder zur Ressentiments quasi erziehen will und so ein bisschen zur Zurückhaltung. Aber auch einiges für den Kauf nimmt. Das ist ein älterer Mann, der muss dem irgendwann zum Beispiel mal hinterher rennen und so. Und da begibt er sich schon in relative Gefahren für den Timmy. Ne, weiß er Bescheid. Marriage Story war der wohl. Ach ja, klar. Was hat denn der, war der bei Marriage? Ne, war das ein Anwalt bei Marriage Story? Ne, bei Marriage Story war er einer dieser älteren Schauspieler, die für Adam Driver zu gucken geabendet haben. Okidoki. Young Sheldon war wohl dabei. Also das Gesicht kennt ihr auf jeden Fall, Leute. Und dann vielleicht noch die viertwichtigste Figur, der potenzielle neue Freund der Mutter. Der wird wohl gespielt, wenn ich das sehe, Crispin ist das, glaube ich, gewesen. Kyle Bornheimer heißt der Darsteller, der übrigens auch in Marriage Story dabei war. Auch so ein Schauspieler? Kyle Bornheimer, der spielt diesen Crispin, den neuen Freund der Mutter. Ja, ja, aber wo in Marriage Story? Ach so, keine Ahnung. Das habe ich hier nicht stehen. Er ist auch noch dabei gewesen bei, Gott, Hail Caesar, wenn den noch jemand kennt. Und ist aktuell in der HBO kommen, die Serie Avenue 5 noch zu sehen. Aber ich kenne das Gesicht, der hat so ein typisches Nebendarsteller-Gesicht. Weißt du, einer von diesen Darstellern, wenn man den Film guckt, denkt so, ich kenne den irgendwoher. Ja, also er hat auch ein cooles Bärtchen und so, das gefällt mir schon. Ich habe den Film jetzt gesehen in zwei Etappen, wo ich ein Päuschen einlegen musste und ich fand den zu Beginn ein bisschen anstrengend, wo ich mir dachte, okay, ich bin nicht die Zielgruppe, aber je länger ich drin war, desto besser hat er mir denn schon gefallen. An dem Zielgruppenproblem hat sich nichts geändert, aber das ist letztlich schon ein guter, netter, aber eben auch absolut harmloser Film. Würdest du mir da zustimmen? In allen Belangen ja. Also Disney Plus hat ja schon ganz früh klargemacht, wir machen Family Entertainment, das heißt, bei uns wird man keine R-Rated-Filme finden. Und Timmy Flop ist definitiv weit weg vom R-Rated. Der ist, also ich bin jetzt kein Pädagoge, aber ich würde sagen, so ab sechs Jahren kann man den schon zeigen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen, das ist so ein bisschen, wenn es um diese Handlung geht, ne? Also ich habe mir relativ klar, ist dann zu Beginn des Films diese Geschichte mit dieser Detektei und dass er halt Fälle löst. Aber dann kommt es eigentlich von einer Alltagssituation zur nächsten, zu Mini-Mini-Mini-Fällen, aber so eine richtige Handlung gibt es eigentlich nicht. Am Ende wird dann nochmal ein bisschen ein Handlungspunkt oder ein Storyverlauf ein bisschen aufgebläht, um so eine Art Finale zu haben. Aber es würde mir doch jetzt sehr schwer fallen, hier von einer großen, in einem Zusammenhang stehenden Handlung zu sprechen. Das wirkt fast schon episodenhaft, würde ich sagen. Ja, das ist, äh, die Handlung ist ähnlich Sprung auf seine Fantasie. Es gibt ja durchaus diese Verschwörung mit diesen Russen, wo ich dann dachte, es gab diese eine Szene, wo er eine Wanze findet. Ich sage ja nicht, wo er sie findet. Ähm, wo ich dann dachte, okay, jetzt nimmt der Film nochmal diesbezüglich Fahrt auf. Aber das macht er dann auch nur so halb gar. Ich hatte tatsächlich das Gefühl am Ende des Films, dass, es gibt ja mehrere Bücher oder Comics davon, dass es, glaube ich, erstmal wirklich so ein Vorstellungsfilm ist. Also, dass der Film uns erstmal diese Welt zeigt. Wie tickt dieser Timmy? Was ist da seine Umwelt? Wo lebt er? Was zeichnet ihn aus? Und das halt eben so unterfüttert, so mit kleinen Geschichten, die teilweise auch wirklich ganz, ganz lustig sind. Also, wenn er zum Beispiel, ähm, von einem Klassenkameraden den Rucksack sucht und, äh, ihn nicht findet, obwohl er die Lösung eigentlich direkt vor seiner Nase liegt, sage ich mal. Das zeigt ja auch eigentlich, äh, wie, wie sehr er in seiner eigenen Welt lebt. Mhm. Oder dieses Taschenmesser, was er auch sucht, ne? Das Taschenmesser, also das ist ein Schweizer Taschenmesser, frage ich mich gerade, in welchem Zusammenhang das stand. Ach ja, doch, genau, er hat's gefunden. Hängt zusammen, genau, klar. Äh, also nochmal zur Ergänzung eben auch, das sind sieben Bände, auf denen das Ganze passiert. Der erste Band trägt wohl denselben Namen auch, Mistakes Were Made und der ist jetzt hier wohl auch die Vorlage für diesen Film gewesen. Also gibt's da potenziell noch genug Stoff für sechs weitere Filme. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der wahnsinnig teuer in der Produktion gewesen ist, denn es gibt natürlich ein bisschen CGI mit diesem Eisbären. Teilweise sieht man's, aber es ist noch völlig in Ordnung, also jetzt nichts, was mir jetzt super mega schlecht aufgefallen wäre, finde ich. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn der einen gewissen Erfolg bei Disney Plus dann hat, dass da auch noch weitere Filme kommen könnten, solange der Schauspieler eben noch in einem passenden Alter ist. Ja, glaub ich auch. Und der Eisbär, ich geb dir da recht, dass CGI das siehste, aber ich muss sagen, trotz allem hat der Eisbär, also super heißt er ja, eine wirklich sehr enorme Knuddeligkeit. Und die Szenen waren auch wirklich immer sehr putzig und amüsant und recht süß. Ja, sehr gut. Dann vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wäre das potenziell ein Film, für den man sich Disney Plus auch holen könnte, sollte? Oder irgendwie auch nicht? Ähm, also ich hab ja jetzt alle vier Disney Plus exklusiven Eigenproduktionen gesehen, also die nur für Disney Plus exklusiv produziert wurden. Ähm, und ich muss sagen, also ich habe jetzt zwei gute gesehen und zwei so, hm, und Timmy Fluff war einer der guten, aber das ist für mich immer, das ist für mich noch kein Film, wo ich sage, so, ja, dafür muss ich mir jetzt Disney Plus holen. Ähm, wenn man halt Disney Plus hat, weil man sich für andere Sachen holt, was weiß ich, halt wegen der Marvel-Sachen oder Pixar oder was weiß ich, was die noch alles haben, die haben ja ein relativ großes Portfolio, äh, da kann man den wirklich mal angucken und hat da eine gute Zeit, aber es ist für mich kein, äh, wie heißt es bei den Konsolen, System Seller. Ja, das Exklusivmaterial generell, das geht einfach in eine besondere Richtung, das schlägt da letztlich immer diese Familienkerbe rein und das tut der Film hier auch. Gibt's noch Punkte, die du ansprechen möchtest oder kommen wir zum Fazit? Ich glaube, wir können zum Fazit kommen. Dann drängel ich mich mal wie immer vor, der Film hat mir, je länger er lief, immer besser gefallen, weil ich ihn immer besser einzuordnen wusste. Er ist absolut harmlos, da könnt ihr euer sechsjähriges Kind auf jeden Fall davor sitzen. Natürlich sitzt ihr dabei und lasst es nicht alleine vor der Glotze hocken, schon klar, aber es ist ein Film, da passiert nix, was jetzt irgendwen großartig schocken würde. Für Erwachsene und ja eben Leute, die vielleicht gewisse Ansprüche an Filme stellen, die müssen schon genau gucken, um da was dran zu finden. Es gibt eine Menge so künstlerische Ideen, also insbesondere diese kurzen, sprunghaften Einschübe von dieser Fantasiewelt, Timmy, ist die ganz cool. Generell die Stadt, in der er alles spielt, ich glaube Portland ist es, die ist eine sehr künstlerische Stadt. Also wir haben ganz gerne wegen irgendwie Graffitis waren es glaube ich oder es waren so What will I do before I die Sprüche irgendwie an der Wand oder sowas. Und das ist alles ganz cool, ganz nett und so. Ja, da kann man sich optisch dran erfreuen. Schauspielerisch habe ich keinen Ausfall gefunden. Dieser Lehrer jetzt von ihm, die Figur oder den Schauspieler, den verbinde ich halt mit genau solchen Rollen. Also es ist halt Typecasting gewesen. Den jungen Mann kenne ich noch nicht, den Winslow Faglay wünsche ich viel Glück und würde mit dem auch noch zwei, drei weitere Sachen anschauen. Ob das jetzt unbedingt was mit dem Titel Timmy Flop sein muss, weiß ich nicht so genau. Und würde dem Film daher sehr gut gemeint drei von fünf Punkten geben, was eher daran liegt, dass ich so halt ein alter verbitterter Mann bin. Wenn ich jetzt einfach nur ein Kind wäre, dann wären es mehr Punkte. Dann würde ich eher so vier von fünf Punkten glaube ich geben. Ja, ich würde noch einen halben Punkt drauflegen. 3,5. Ich fand den sehr charmant und sehr liebenswert und der Film hatte auch genügend Eigenheiten und mit diesem Timmy Flop auch eine hochgradig interessante und spannende Figur. Es gibt ja diverse so Kinderkriminalfilme. Hier fünf Freunde und wie sie nicht alle heißen. Mich hat der Film in seinen besten Momenten an diese deutsche Reihe Rico und Oscar erinnert, die ich sehr, sehr gut finde. Also auch als Erwachsener ohne Kinder hatte ich da doch meinen Spaß mit Timmy Flop. Der größte Kritikpunkt, was ich echt schade finde, ist, dass der Film nicht schlecht ist. Denn dann hätte man echt super Sachen machen können mit dem Titel. Ja, weil dieser Titel bietet sich ja an. Die Qualität des Films mit dem Titel gleichzusetzen. Timmy Flop versangen. Das wäre so lustig geworden. Das wäre so super gewesen. Aber das haben wir uns ja hiermit versaut. Schade. Ja, geil. Geil, geil. Bei euch gibt es scheinbar auch irgendein Special noch bei Movie Break zu den Serien zumindest, die ihr machen werdet. Vielleicht auch zu den Filmen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Auch wir werden hier sowas noch aufzeichnen. In der anderen neuen Subformat-Kategorie beim Tele-Stammtisch, dem Magazin, geht es heute mit Videoaufzeichnung, wenn das alles klappt und das Internet da draußen mitspielt. Auf jeden Fall noch ganz viel geilen Scheiß. Jo, Stu, das eben war auch geiler Scheiß. Danke. Ich habe zu danken und ich bedanke mich auch beim Zuhörer. Und meine letzte Botschaft an euch ist, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Arrivederci. Danke, ciao. Applaus Applaus Applaus